Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde League of Legends. Ich bin der Ram und in dem heutigen Ranked Game spiele ich Xinsao im Jungle. Mit mir dabei ist wieder einmal der Flo und er spielt Morgana als Support. Außerdem haben wir wohl noch einen weiteren YouTuber bei uns im Team, wie man ja unschwer am Namen erkennen kann. Und das wird wohl sehr interessant. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Zuschauen. Ah, da ist er ja, der Flo. Ja, ich hab doch fix ein paar Tekken abgezogen, sie haben geladen, bis schon nö. Ja, so ist das. Wird mir da eigentlich immer kein... Bitte was? Ach, hier wird mir immer kein Dings gegeben erst. Ach, kein Dings. Wird mir immer keine... Ach, Mensch, jetzt sag doch die Scheiße, ey. Dings. Ich denke mal, du meinst Toten. Ach, hier wird mir immer kein... ...Other Item vorgeschlagen. Oh nein. Wow, was will der denn, der Rambo? Pantheon war gerade hier. Gut. Ich bin dich mal queuen. Und du schläuterst ihn hoch und du schläuterst ihn hoch und du schläuterst ihn mit Damage. Damage. Damage? Damage. Hoffentlich hat er einen. Hoffentlich hat dein ADC es drauf. Die Versammeln sind erschienen. Der Geist des Rügers. Nein, Mann. Ah, ich komme. Ich habe es voll verpeilt hier durch unser Gelatsche. Wo ist das Kino rum? Haben sie Gegner erreicht, wo sie wollten? Ja. Gut, gell? Ja, ja. Oh, Xen Jungle habe ich schon lange nicht gespielt. Da habe ich richtig Bock jetzt drauf. Und da habe ich schon wieder dazu. Ich bin mir lebt. Ich bin mir lebt. Oh, ich bin mir lebt. Ich bin mir lebt. Mein König befehl So ein Job überhaupt Morana gut gegen Dings ist Werden wir sehen Ich glaube ich muss direkt mal Toplane vorbeigehen Der hat die schon unter den Tower zurückgedrängt Auch mal damit rechnen die am Anfang nie mit einem Level 2 oder 3 Gank Ihre dicke Irelia ist echt viel wert Ah kriegen tu ich ihn nicht Ne nicht aufgeraucht Ich bin noch dabei Luschen gehen schaden Er hat einen APS oder das macht er? Leu. Jetzt hat er es tatsächlich gekriegt. Für den Ruhm! Ah! Dammit, konnte ich nur noch am Porten ändern. Pantheon-Mitter. Mein Königbefehl. Schaut Spot aus. Lucian verdammt stark angeschlagen, ne? Na, weder aber. Alles bei Hield aber um uns soviel der Arte. Na ja, klar. Kommst? Ich könnte mir was killen. Ja, ich komme auf jeden Fall. Ich brauche noch ein Stück. Oh. Oh, Mensch! Alter, crazy Typ. So, ich geh rein. So, dann go. Ja, kill wollte ich nicht unbedingt, aber... Passt. 3x3, versuche Grenzen schlaufen. Genau. Nur Taten zählen. Wenigstens, vielleicht nicht mein, ist es dafür gekriegt. Ne, der ist auch überhaupt nicht mitgegangen. Deswegen habe ich mir dann den Kill auch geholt. Ich dachte, es ist besser, wenn ich einen kriege, als wenn du einen kriegst. Bist du nicht, wie gut ich mit Mokana bin, oder? Doch, in dem einen Spiel, ich weiß es noch. Das war schon ziemlich geil. Ja, 3x-Tötung, Mokana. Genau. Ich erinnere mich. Hab ich auch. Ich spare jetzt auch wieder volle Kanne auf Sonja. Auf nichts anderes. Aber er ist das Supporter-Item. Erst mache ich Sonja voll. Du kriegst doch gar kein Gold. Doch, ich habe schon über 1000. Ich habe volle Subskillungen. Ich krieg Probe-Salle und Voll. Du hast volle Subskillungen. Ja, okay. Dann geht's. Top-Line braucht echt Hilfe. Krass. Mit Len läuft. Einigermaßen. 46 zu 40. Naja, okay. Der Geist des Fliegers bricht nie. Kaum sage ich's. Hör den Marsch. Boah, hat sie geschlafen? Ne, er hat keinen Mokana. Mist. Was ist das? Na das ist das kein nirgendwas. Oh! Da sind nicht so viele Impbad. Da sind nicht so viele andere Erinnerungen. Und um die nächste Yanker zu nehmen. Und da ist nichts 앞에. Auch hier ist nichts. Ich bin schon. Kann das nicht! der sieg gekriegt habe ich wieder nicht jawohl nein oh bitte sag mir dass du jetzt nicht nur stirbst oder auf gott sei dank so jetzt hat er Ali den Blue gegeben mach ich doch achso okay ich habe extra geschrieben fertig muss ich ihn jetzt erstmal jetzt gehe ich mal Drake warden immer weiter ich glaube die hatte ich schon gesehen oder glaube ich nicht dann mach go geh von hinten rein geh von hinten rein geh rein ich warte dann auf dich hey Alistar jetzt müssen wir ja lass auf die Asch nicht auf den genau einfach vorbeilaufen wenn es irgendwie geht so nice was war zwar sehr unweg mäßig aber ne ne war aber richtig war schon okay er hat bestimmt gebig ihn dort oben ja Drake und ach nee ich bin schon weg sorry da sind wir ich gehe jetzt in red wine siehst du da ist er ich habe es gewusst ich komme auch ich bin auch da ich bin auch da hab sie da bitte ich habe da komme ich nicht mehr weg ich bin auch rein an dieser Stelle ja ich habe vergessen die Q zu drücken also zu spät scheiße ich habe es in der falschen reihenfolge gemacht alles egal ja ja egal das ist unten allgemein ist gut wenn wir später einen guten adc haben das wichtig bringt uns aber nichts beim guten adc haben und die ihre ja oben ein preis steht ich hab voll auf dem kopf ja ja und ich war schon zig mal da ich konnte ja nicht helfen aber die arie ist auch gut das ist ja bluschen stopp ich gehe weg machen bin mir nicht sicher ob wir das machen sollten lieber nicht alles da ist immer noch da aber hier ist auch da ja war wenn ich war hier renekten auch wenn voll drauf und pantheon hinter uns ich komme nicht mehr weg ja lucien ist auch da geil 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 da kommt noch einer geportet renekten alter kannst du schild ach ne weg 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 alter was macht er von schaden näher ist gefiedelt ja kommt nicht hinterher alter warten vor auf jeden fall gerade meine schöne material schlacht er hat keiner gemacht aber ich will da jetzt auch nicht alleine ich will das gut voran kommen wir mit botten in den tauschen aber jetzt so viele was allen dann sterben wird wirklich nicht unbedingt aus der hand geben wenn ich bin schon da also noch nicht kaputt weil ich mal wenn die jetzt direkt machen ja gut mein könig ist pink sag dass die pantheon kommt besser ein pink machten alle es ist noch abgerippt so jetzt kann man weg machen ja lass die erste erst noch wollen musst du das jetzt nein wenn ich mir so auch da war das wird hart war nicht gut wir haben den break damit zwei schlägen weg scheiße den selben mist hatte ich jetzt schon gestern zweimal mit john hier mag auch es ist mist scheiß drake meine klar ist also wichtig aber nicht so die ist die ganze zeit auf der top lane ich habe trotzdem weniger fahren wie eine renning die sind jetzt hier zu viert ich komme ihr seid ja auch voll eingekesselt auch hinterher aber ich brauche mal ein stück genau noch so easy es ist eine scheiße gut job haben sie ein schön schön am tauer geteilt so muss das so ist dann ja das habe ich nach 18 minuten das mit supports gelungen oder was aber guck mal die awry liebt mich wer gewinnen liebt ich will gewinnen wer will das nicht im moment läuft es gut also team spielt gut zusammen außer die ich hoffe da spielst du dann meine teamfights jetzt tun wir es auch überraschen hier auf jeden fall kann sie da oben schön in ruhe fahren die ganze zeit da sollte auf jeden fall noch mal ordentlich was da oben kommen die sind sofort gut aber ich bin gerade beim red ich habe sonja ist die sollen ruhig bleiben wollte gerade sagen ihr seid ja am tower und ja sind wir hier warum macht ihr will ja den tower nicht mal so die annie ist auch wieder mit hier bin auch an tage wegs so ich komme auch bot das reineken doch versuche mir mal die annie zu kreuen das weg oder pandeon ja gibt du bist da alleine kommt man weg Der übelste Pink-Destroyer. Na immerhin. Ich finde langsam mal ein paar Tower-Fallen, das nervt mich ein bisschen hier. Ja, noch kein einziger. Doch, unser Mittlein. Na Top ist auch weg. Stimmt. Halt auf die Scheiße hier nicht rein, eher. Na, das hab ich mir gebraucht. Scheiße, der Wurschen hat auch gegen die Asch verloren. Wir müssen einen Rennington irgendwie klein kriegen. Ja, die Ari spielt nicht schlecht, das macht nur ein bisschen Hoffnung. Ja, ja, die ist gut. Der Wurschen ja auch einigermaßen. Bei der Irilla muss man was kaufen, ey. Ey, die hat einen 5-4 eigentlich. Ja, und sie baute auch richtig. Also von daher, das ist schon okay. Oh, Ram, los, go, go, go! Nice. Boah, hat er noch geblockt, ey. Nur bei diesem Scheiß vormbleiben. Hier ist ein Kikisch-Kikbolz. Ja. Manche geben vier und manche nur drei Gold. Was ist das für ein Kack, ey? Auch für das Backend. Ja, es gibt ja die, keine Ahnung, die Mitrüstung und die Magieviecher. Weiß ich nicht, wo da der Unterschied ist. Oder waren die Großer dabei? Ne, die geben ja 10, ne? Oder? Ich weiß nicht jetzt gar nicht. Na ja, kriegst du Proberseller. Mach'n Drake. Ich bin nur unterwegs, aber... Boah! Da sind sie. Alle würden sie entstellen hier. Wenn Lucien kommen würde, könnten wir rein, aber der kommt nicht. Doch, jetzt ist er da. Wollen wir? Irelia ist nicht da. Ja, der Neckton ist aber auch in der Mitte. Da ist Pantheon in dem Gebüsch. Komm, wir müssen rein. Ich geh auf den Ashen. Ich bin nicht dran. Wie lange komm ich nicht? Doch, komm ich doch. Aber nicht lange genug. gehen wir ab. Denn da ist ja mal weiter. Oh, ey! 4 gegen 5 ist nicht wirklich schön aber bei mir hat ein Hit gefehlt für die Ash das war mies aber es steht trotzdem 18 zu 20 also ja die Räder muss man mitkommen das ist alles oh nein da kommt noch einer ah fett Headshot hätten gerne Lucien gelassen aber oh hier Renekton ja boom ey oh boom boah den hab ich grad noch gesehen letzte Sekunde ey letzte Sekunde hab ich hingesehen nur Taten zählen oh doch jetzt was gerissen hier es soll geschehen da ist er weg ja ja auf jeden Fall er hat den 500 Gold gebracht da Renekton das hat sich gelohnt ich hab nur wieder so einen schmutzigen Assist gekriegt ja da bin ich auch reingegangen wie ein Großer ne darfst du nicht vergessen ich hab du hast aufgezeichnet wie ich diesen scheiß Dings da nen Headshot gegeben hab ja ein Headshot ja die Kurve den Alistar ja natürlich immer hier natürlich plötzlich weso nix mehr hier doch doch ich weiß alles oh der ist auch überhaupt Hanky hier so ganz schön groß mein König bin das war ruhig oh ich muss schnell wegkommen hoffentlich kommt hier jetzt keiner her oh gefährlich ah ne da sind zwei Bot ein Demasiana zieht sich nie zurück ja wir sind wieder bei euch ja ich weiß nicht ob wir jetzt hier im Übertal sind doch da gehen wir mal rein oh da gehen wir mal rein sorry Ram sorry ist egal ist egal das muss ich mir jetzt sehen das war grad Mechanics die er uns da gezeigt hat ja das war grad Mechanics die er uns da gezeigt hat ja oh meine Ulti hat jetzt vier Leute gestunnt hört den Marsch ja ne das war geil war ein guter Fight lol ja die Esch ist schlecht Gott sei Dank oh lol die sind versellen gestorben ich glaub du musst unseren Dings bissl aggressiv was achso der Flender hab ich gar nicht gelesen hab ich gar nicht gelesen ey kann ich gleich wieder weggehen hier hab ich's gold zusammen dann gleich wieder alle in der Mitte gehen ja die kommen schon wieder angerückt wie die Dogen natürlich engage ich hol ich mir noch Randium's Omen jetzt als nächstes ich geh schön Tanki Aaron machen oder? ne normal nicht na obwohl Stufe 14 aber es wär dumm ja es soll geschehen wir brauchen Worts jetzt Drake ist ab toll oh mein Gott ich hab irgendwie dumme Angewohnheit mit meiner Coo jemanden zu töten ich weiß auch nicht woran ich bin egal ich hab nen Double Kill Pass auf geh back mach's nicht Annie äh nicht du was denn auf wegen Annie? ne ich mach Drake ne weil ich dachte schon hier so ich hab jetzt grade geflasht hab mein Ulti gemacht alles easy alles easy und Boom dabei geschrien und ich bin reingegangen und das geile ist die kriegen mich nicht tot die haben zu wenig Stun weil ich hab so viel Rüstung und teile mich jetzt gegen das ist voll geil ich bin reingegangen und dann hab ich Boom gemacht Ha! weil du der Boom Boom Floor bist Boom Boom Floor ich mach ganz einfach Boom Boom so ja Randiums Omen komplett geil haben die nur ne Annie ist nicht A.T. was? Annie A.T. ach so ja weil du ja das du hast Rüstung und ja shit auf Annie die versuche ich ja mal als erstes rauszunehmen oder halt Ash kommt drauf an wenn ich besser rinkomme wenn ich besser rinkomme ich engage auf den Tank und dann geh ich auf den anderen ja nice ja nice was? na hier die wollen mich gell hast du das gesehen gerade? ja ich bin auch da oh Annie auch Alice Boos auch da ja dass die Jungs lieber hier abfangen ja wir waren nur zu dritt und die waren mindestens vier waren wir ein bisschen zu risky vor allem in unserem Game was eigentlich gut läuft Boom Boom Floor und dann noch gerade gegen einen anderen YouTuber da muss man ja gewinnen ne? oh irgendwo habe ich gerade Annie gesehen na ich geh mal lieber back haben zu wenig Wards Flo du musst warden sind wir alle da? nur Taten komm mal komm mal komm mal Leute die hat gerade alles vorbeigehauen boah Blue ist ab das soll ich jetzt aber nicht machen aber hier die kommen alle hier aber wie die Großen kommen sie alle hier aber wie die Großen kommen sie mein Gütt hat sich ja gelöhnt für so oder? joa warum spiel ich denn eigentlich nicht öfters ey rockt auf jeden Fall besser als Wayne haha puh haha ja ich muss eh junglen gehen das andere hat gar keinen Sinn alles ich muss mich nicht nehmen helfe direkt für sie ach egal aber ace oder war es ne ace? ja es zwei sind schon wieder da schade war back will ja run run er ja so was hole ich mir dann jetzt noch ich glaube das schwarze bei über 2000 gold ja schwarze beil gibt noch leben ja ja gab jetzt war gut so und home guards ja auch um gott das ist ein ganz gutes team gefällt mir die hat getroffen hast du gesehen das warst du ja sogar abgewehrt mit dem kopf nein ich hab der dings das schild gegeben und die schuld hier ist der vor schild geflogen wie so ein boxer geile taktik alter den gegner mit seinem kind zu verprügeln hat er nicht verstanden sein mit sage ich nur na gut nächstes mal mach dir eine zeichnung ja luk my pool look my pool ja auch noch 50 ab wir haben doch direkt haben auch brauchen wir nicht vor so aber ich ja ja hier alle herr hier geht scharf ah schade wie lange hast du noch abklingzeit darauf jetzt fünf sekunden noch wenn deine queue sitzt geh ich rein eventuell jetzt auch schon go ich muss außen rumlaufen ich brauche ein bisserl ich gehe gleich rein weil er hat mich erwischt soll das machen ist ja er will ja macht dafür meinen job diesmal auf nade ist gut gemacht schöner teamfight lucien kommt schon bin ich umstand umsonst gestorben ja er hat doch geflasht oh mein gott lol fuck ja kann ich gehen und gleich wieder da ja das schaffe ich auch noch hab ja home yards jolo jolo ja wenn sie mich fokussen machen die anderen ordentlich damage ja aber das geilste ist wenn sie mich so fett fokussen das gefällt mir eh wie eben gut diesmal hat mich diese die ulti von ash die hat mich zu lange rausgenommen das war nervig aber ansonsten ist das ok so wir sind schon wieder da alter sind die greedy ich glaube die wollen wieder dringend sterben mit sie wer macht die ganzen hosenwasser im tot ne ich machs nicht ich machs nicht das ist noch alle da ja englisch u ich war trotzdem gute gelegenheit ich werde jetzt gewesen englisch jetzt doch pantheon den krieg ich okay dann älter komm ach du scheiße oh oh die annys müssen auf die annys gehen oh shit so stehen wir nicht da aaah das darf nicht passieren warum war der nicht da hab ich nicht gesehen so ein Mist das hab ich nicht gesehen dass der nicht da war hab ich auch nicht gesehen ich hab's jetzt erst gesehen wo ein Teamfight erst kam verdammt haben wir dann mal was tot gekriegt ne gar keine oh shit wir haben 3 bauern können sie eh nicht halten ohhhh Gott sei Dank hat er ihn zurückgehauen oh mein Gott die kriegen den Tower ich wär verrückt naja zu zweit zu schwer oh Lucien nicht sterben jetzt wir können alles oder ihr könnt alles upgraden scheiß was ich noch nicht dadurch oh nein ey wir machen jetzt folgendes im Planram wenn die Teamfights losgehen geb ich dir mein komisches Schild da kannst du nicht gestand werden und dann befistest du die Annie in 2 Sekunden weg ja ihr macht uns alle fertig hier ja ich bin ja ich hab auch extra jetzt auf Merkos Schuhe umgewechselt weg ich wollte nur nicht dass die Blue kriegen weg ich wollte nur nicht dass die Blue kriegen ich geh noch ein bisschen mehr Tanki ja bitte schön Deffen jetzt immer ah ich geh noch mal zurück das Wort alt und vor besser so komm mal die haben jetzt alle das komische Ding geholt hier ach das komische Ding gegen der Annie hier dieses immer weiter dann Ding ach so hier also dass sie so ein Zauber da aushalten ja ja die Aria hat's ach quatsch die Irelia hat's Lucien hat's nein kann hier schon wieder los ich bin alleine auf der Annie die doch auch gut aus das sah sehr gut aus haben wir sie geäst wir sehen wie das die Annie ist weg hast du gesehen wie das funktioniert ja wenn sie mich holen aber ist keiner mitgekommen ey ich war jetzt einziger da drauf ja ich hab Sonja's ziehen müssen ah komm hier oh Scheiße ist das jünger nicht die blöden Superwassern haben und ne Annie naja das können wir nicht machen scheiße haben wir keine Chance nur Taten zählt nur Taten zählen boah wie das dem Golem geschnetzelt hast Huuuuuuu hat er gepflegt und da gehts vorbei hin Huuuuh Huuuuuuh Boah, Junge, Junge Aber wenn wir einmal einen schlechten Teamfight haben, hast du es gesehen, gell? Ja, dann kann es sofort aussehen Aber wirklich, das Beste, gib mir ein Schild, wenn ich engage Und ich würde sagen, wir probieren jetzt auch den letzten Teamfight Ja, ich wollte gerade, er will ja schreiben, dass er kommen soll Los, go, go, das wird nochmal ganz schnell dauern Kommen wir? Ja, ich sehe es Boah, siehst du, konnte ich auch nicht so schnell smiten, ey Ah, hier Nein, ich bin down Schilde, Ari, wenn du kannst, oder Lucien Boah, ihr müsst da drauf Yeah, nice, fett Super Hinter euch Boah, hier ist er nie Boah, alter Toplane reißt ein Nice Was ist das für ein Spiel, ey? Das ist ein krasses Spiel, auf jeden Fall Auf jeden Fall ein richtig krasses Spiel, ja Oh, mein Herz, er Vor allem, wir gewinnen die Teamfights, aber schaffen es nicht, ey Ja, ne, weil immer nur so wenig dann übrig sind, wenn ich sterben Ja, ich darf nicht sterben, weil wenn ich sterbe, habt ihr nichts mehr, was da tanken kann Ich könnte ja kein Schild geben, du wirst zu weit weg Ja, ich bin ja auch hinterhergegangen, wie ein Verrückter Ich bin auch ganz schön tanky mittlerweile Ich bruchte 3000 Leben fast Komm, ich hole dir einen Blue Ich brauche nämlich nur noch 300 Gold, dann habe ich die nächste Idee Loll, bist du es gerade in? Was? Was waren? Der ist vollgekommen Ne, habe ich nicht Da sind sie, beim Red Oh, Lucien Air Egal, den haben wir Leute, ich habe heute nichts gemacht, außer Auto-Hit Komm, komm, komm Fünf Einfach weiter drauf Soll ich voll reingehen? Komm, ich gehe voll rein Okay War zwar knappig, aber hat ja gereicht Ja, ich würde schon sagen, ich habe 3000 Gold Das bin ich schon HALT DER So, mal sehen, wer das Game hochlädt Ja, ich hoffe auf jeden Fall, euch hat das Game ein wenig gefallen Und wenn ja, würde ich mich wie immer über eine positive Bewertung, einen netten Kommentar oder vielleicht sogar ein Abo sehr freuen In diesem Sinne, bis bald Euer Ran Noch mal sehen, bis bald Wenn ja, ich wollte Peten